Von deinen Eltern im Stich gelassen, heimatlos. Ohne Menschen, die für dich sorgen, hättest du sterben müssen. Aber du hast gekämpft. Dein bisheriges Leben hat dich hierher geführt. Versage nicht vor dir selbst, nicht vor deiner Familie. Die Zeit ist gekommen, in der du dich beweisen musst. Du hast mich stolz gemacht, mein Sohn. Vergiss nie, wer du bist. Du kennst sie? Sie werden nicht ruhen, bis du tot bist. Kämpfe! Und wieder? Ja. Ja, ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020